So, fleißig am Bauen. Mann, ich wollte das reinigen. Oh, Mensch. Lass mal Feuer anmachen. Oh, ich weiß nicht, ob wir das unterbauen. Steine. Na, komm. Na, das passt doch. Oh, das sieht doch nicht gut aus. Ah, nach hinten, ich wollte nicht zwei Probleme. Ah, Mensch. Shit. Okay, das macht's weiter. Oh. Und jetzt ab und zu spüren. Kann ich schon mal was? Okay. So, noch was drehen. So, jetzt mal gucken, noch essen. Ach, ich wollte doch erst mal noch schnell abspeichern, sicherheitshalber. So, jetzt mal kurz. So, jetzt mal kurz. So, jetzt mal kurz. ich jetzt Und nehm, ich gehe ja von allang. Und nehm, ich gehe ja von allang. 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 Nee, ich gehe nicht anbrennen. Ich gehe ja von allang. Ich gehe ja von allang. Okay. 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 essen wenn ich aber auch mann doch nicht wahr oder wohnen jetzt andere vieh Klinik 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 nervig oder man kann doch nicht mal ruhe spazieren was sind da Digger? man sieht nicht, man hört ihn verhorchen? ach da sind die ja, da können auch bleiben man so war ihn ich brauche die haut gibt es hier was nicht wirklich nicht ich bin immer wieder lang hier hier Top, hab ich selber. Hm, wird nischt. Oh, das war ein bisschen zu hohen, war. Oh, das war ein bisschen. Oh, das ist bestimmt los, das kommt rein. Oh, das war ein bisschen. 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 Oh, kommt schon mal rein geschießen. Hey, hey, die Falle gelaufen. Die Nachbarn ist ja nicht mehr. Was ist denn hier? Ach, da. Da sind sie sich wieder gegenseitig in die Fröser. Jawohl, doch nicht, sind sie eine Verlehnung. Ach, ist das schön. Sind die weg? Ja. Tra, tra, li, la, la. Und mal schön ist gefangen. Ja, man kann auch einen Kollegen mitnehmen. Brauche ich nicht. Na, komm her. Weg damit. Blech. Blech. Das war's für heute. Ja, das muss ich noch eigentlich mal noch fertig kriegen. Die werden mal nämlich 100 pro Jahr auch drüber hoppen. So, Leute, da wollte ich erst mal sagen, reicht das mal für heute? Mache ich das nächste Mal weiter. Das war's für heute. Das war's für heute.